Hey Leute, was geht? Hier ist wieder mal euer Prader und ja, ihr hört's wahrscheinlich schon raus, ich hab ne neue Audio-Quali, let's go! Der Prader ist von richtig kacke auf gut umgestiegen, ja, meine Freunde, ich hab es endlich geschafft, mein Triton 27P Plus, äh, Pro an meinen Laptop anzuschließen. Oh mein Gott, wie hab ich mich gefreut, als es endlich, endlich funktioniert hat. Und ja, Black Ops 1 Live kommt, Terry ist angesagt, auf Lounge und der Pisser, wie's laggt! Mann, egal, er hat ein Heli! Mann, okay, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, den holen wir uns natürlich, ganz chillig. Jetzt muss ich einfach gucken, dass mich der Heli nicht holt, Drohne raus. Oh, der Heli! Okay. Zack. Hey! Oh! Geh weg! Mein Gott, Digi! Audio-Quali reißt und ja, meine Freunde, das Ganze ist natürlich durch eine Idee entstanden, nämlich durch einen guten Kumpel von mir, nämlich durch It's Aqua. Checkt mal seinen Channel aus, falls ihr das noch nicht getan habt. Er ist auch noch relativ klein, hat auch erst gerade angefangen, lädt nicht so viel hoch, aber ist ein richtig chilliger Typ, also checkt den auf jeden Fall aus. Link ist in der Beschreibung. Und ja, meine Freunde, ich krieg hier aufs Maul. Ich werd das einfach nur als kleinen Test hochladen, auch wenn ich das jetzt verliere, nicht so wild. Oh mein Gott, mein... Im ersten wurde ich richtig hart abgefuckt, wollte zwar auch aufnehmen, aber... Ja, meine Freunde, ihr wisst, COD... Ne, Black Ops 1 geht zwar noch, oh... Aber... Was heißt hier geht zwar noch? Black Ops 1 ist Liebe, oh... Schnell... Okay, den hat's nicht... Den hat's nicht gesch... Oh mein... Was hat mich jetzt angeschossen? Hä? Irgendetwas hat mich gerade richtig ekelhaft angeschossen. Hey, der Typ schießt auf... Nein! Eins vor Heli! Äh, eins vor Dings, äh... Blblblbl... Napalm. Egal, boah, wie ich verziehe, Mann. Wie so ein Opfer, egal. Meine Hände sind noch relativ... Nein! Meine Hände sind noch relativ kalt. Zweites Spiel, egal. Ich benutze es eben aus Ausrede. Ne, aber es stimmt wirklich. Und ja, boah, ich hab's mich so gefreut. Endlich ein neues Audio zu haben. Triton 27 Pro Plus, wie gesagt. Geiles Headset. Hab ich schon sehr lange. Gefällt mir sehr gut. Aber hab's einfach nie... Ey, Mann! Hab's einfach nie hingekriegt, diese Scheiße an meinen Laptop ranzumachen. Und ich spawne natürlich vor einem Gegner. Der umläuft mich jetzt wahrscheinlich. Natürlich umläuft er mich. Oder er versucht es zumindest. Das ist auch so. Ey, ich könnte da sogar noch was reißen, Leute. Okay, es ist jetzt eher so ein audiobezogenes Commentary. Darum versuche ich jetzt möglichst viel übers Gameplay gerade hier zu labern, was ich hier live... Abliefere. Alter, zweisch ist tot. Alles klar. Darf natürlich nicht fehlen. 15,6 geht aber noch von den Stats her. Oh, guck, wie er da sitzt. Guck, wie er einfach da sitzt. Ey, wie viel schluckst du? Ich dachte gerade... Ey, Mann! Dieser Itzremon! Oder wie der Pisser auch immer heißt, Mann. Alle spielen Second Chance, Slack... Ey, Black Ops 1 hat schon seine Nachteile, aber es ist trotzdem mein absolutes Lieblings-COD von allen. Hä? Muss ich mich verarschen? Egal. Oh, Napalm! Wer ist ein Erster? Itzremon natürlich, der, der mich die ganze Zeit abfuckt, ist erst da. Warum auch nicht? Ich sehe keinen Schwanz! Wo sind die? Mann, ey! Ich muss schon wieder lauter werden hier. Hallo? Hallo? Ich sehe... Guckt euch das an! Da war doch... Ah, nein, das war... Schnelle eine Claymore hinlegen. Die ist ganz gemein. Die tut mir schon fast weh in der Seele, dass ich die da hinlege. Die ist echt richtig gemein. Ey, ich bin... Gleichstand? Wie kann ich gleichstand sein, wenn ich zehn Jahre keinen Gegner sehe? Ist auch irgendwie komisch. Boah, wie ich ihn gemacht habe! Nie... Play-Z verkaufen, Itzremon. Play-Z verkaufen. Oh, ein AK. Schnell AK aufheben. Oh, ich liebe die AK in Black Ops 1. Die ist die beste Waffe. Wenn ich damit spielen könnte, Mann. Hä? Er bl... Ey, kommt doch zu mir, Mann. Danke. Ey, nur noch drei Sekunden. Ich bin reingeschaut. Das ist meine Ausrede. Und das stimmt sogar. Und ich sehe einfach keinen Schwanz, Mann. Hör auf, mich abzuschießen! Drei Seiten! Drei! Alles klar, man sieht zehn Minuten, keine Gegner. Einmal sieht man einen Gegner. Was passiert? Man wird von drei Seiten gleichzeitig beschossen. Danke dafür! Oh, ich bin sogar noch Erster. Ich fick die gerade. Oh, Drohne! Jawohl, Alter, wie ich die gemacht habe! Zack, Mann! 23,8. Frei für alle. Egal, es ist ein kleiner Test gewesen. Und ich hoffe, ihr habt keinen Gehörschaden, weil ich vielleicht ein bisschen zu laut eingestellt habe. Das muss alles noch. Aber ja, es ist sowieso ein Testvideo. Also, Leute, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos in den Ferien. Wenn ihr habt super Laune, ihr hört es wahrscheinlich, checkt auf jeden Fall den It's Aqua ab. Und ja, Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau, sind's!